Dieses Video soll erstmal die Top 3 aller Videos auf YouTube sein. Und zwar habe ich hier die jeweiligen Video-Links. Also hier sieht man den Link, den werde ich jetzt alle in die Videobeschreibung packen. Das Video heißt Eminem, Love the way you lie mit me, Hannah. Hat 742 Millionen Aufrufe und knapp 2 Millionen Daumen nach oben. Aber auch 70.000 Daumen nach unten. Knapp 600.000 Kommentare. Das zweite Video ist Charlie Did My Finger Again. Das ist auf Platz 2. Hat ein paar Millionen Aufrufe mehr. Hat 1,3 Millionen Daumen nach oben. Also weniger Daumen nach oben, dafür mehr Daumen nach unten. Aber trotzdem, das ist mehr Aufrufe. Und das hat auch noch mehr Kommentare. Werden jetzt nur gerade nicht geladen. Und das am meisten aufgerufene Video ist Psy Gangnam Style. Was alle schon die meisten kennen. Das hat 2.090.932.233 Aufrufe am 22. Dezember um 17.40. Und da habe ich selber auch einen Kommentar hingeschrieben. Das Video hat die meisten Views auf YouTube. Und das ist natürlich vor 3 Monaten geschrieben worden. Da sind da schon einige Millionen Aufrufe dazugekommen. Und zum Vergleich, das ist mein Video mit den meisten Aufrufen. Ich versuche das ja die ganze Zeit von Platz 1 zu verdrängen. Aber das gelingt mir nicht. Aber hoffentlich gelingt es mit diesem Video. Aber da das jetzt ein 300. Video ist, werde ich natürlich so machen, dass es einfach nachholbar ist. Also würde ich dann so eine Warteschlangenliste machen. Das 200. Video Special und das 300. Video Special auch. Deswegen werde ich einfach das dann so machen, dass ihr es nachholen könnt. Also es wird nachholbar sein. Ich werde die nicht ausfallen lassen, sondern nachholen. Ich werde keine Ablaufpausen durchführen. Woche, wie beim letzten Mal, werde ich nicht machen. Dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Dann gebt dafür einen Daumen nach oben, wenn das euch gefallen hat. Wenn ihr das Video schaltet, dann werde ich sowieso bekannter. Ja, genauso wie die drei Videos, die ich da hatte. Und abonnieren über dieses Video würde mich auch freuen, weil ich im Moment schon so viele Videos habe. Im Moment wird ja gerade auch wieder eins hochgeladen. Und zwar ein Minecraft-Display. Auf meinem Kanal ist er so. Das ist ja mein Kanal, den ihr dann abonnieren würdet. Das Kanal-Banner wollte ich auch schon mal ändern, aber gelingt mir irgendwie nicht. Ich mache, wenn viele Minecraft-Let's Play-Parts, aber es kommen auch ab und zu andere Videos, wie man hier sieht. Auch so ein paar Wetter-Videos und Playlists mache ich ja auch gerne. Ich habe schon 599 positiv bewertete Videos. Ihr werdet natürlich auch schreiben, dass das mein 600. positiv bewertete Video ist. Letzte Aktivitäten, das ist alles nur von mir, weil ich mir nur hochlade und nicht positiv bewerte. Und da hoffe ich mal, dass es euch so viel gefallen hat. Das war's, habe ich schon gesagt. Also bis dann und ciao.